yo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge so und zwar müssen wir den nördischen weltenfresser besiegen da reiten wir jetzt mal hin so wir haben leider keinen schnellreisepunkt in der nähe aber es muss ja mit dem reite jetzt schneller gehen man muss auf jeden fall immer die augen hier auf das haben wir bereits schon aktiviert genau halte dich gut fest und lass nicht los haben wir schon mal versucht war nicht platz zu bekommen dafür sind wir leider noch zu schwach so wie kommen wir jetzt darüber ich denke wir kommen jetzt hier lang hier Untertitelung. BR 2018 Okay, ein Katana. Damit können wir uns dann später eine gute Waffe basteln. So nahe kam. So aus. Hier? Äh, eins. So aus. Musik Okay, da kommt schon ein Gegner. Einer ist bei halber Gesundheit scharf verstahlen. So, ein Schlag noch. Das war's. Perfekt. Es ist nicht mehr viel übrig von dem, was diese Welt ausmacht. Dafür wird jemand viel bezahlen. So, okay. Okay, hier habe ich was entdeckt. Das gibt Punkte. So, es wird auf jeden Fall ernst. Wer lässt denn einfach gutes Gummizeug rummelden? Laut der Musik. Sieg hier rein. Leute, irgendwie müssen wir hier reinkommen. Alle sind einsame Tiere, die ihr Leben lang versuchen, weniger einsam zu sein. Irgendwie müssen wir hier hin, um den Hufschnauber zu besägen. Aber wie... Gibt also nur diesen Weg. So, wie geht's das? So, es ist einebiere, die sind in der Fallen der Gummizeug. So, was ich jetzt nicht mehr gut. So, es war ganz schön. So, es war das Schmerz. So, es war ganz schön. So, es war sehr schön. So, es war ganz schön. So, es war ganz schön. Ok, hat unser Raiti uns jetzt weiter geholfen, ansonsten wäre es nicht möglich. Ja, da ist der Hufschnauber. Okay, das war nichts. Ja, da ist der Hufschnauber. Oh, das ist der Hufschnauber, das ist der Hufschnauber. Oh, cool, das ist der Hufschnauber. Das sind die Zähne, ja, sollte aber weg springen. So, wir müssen nur erstmal diese Punkte treffen, an den Beinen. So, jetzt haben wir noch einen. Können wir eben noch einen Zahn ziehen. Oh, mein Gott, das ist der Hufschnauber. Oh, das ist der Hufschnauber. So, das müssen wir noch einmal jetzt machen. Okay, das ist der Hufschnauber. Oh, das ist der Hufschnauber. Oder wir haben ihn schon alle 10 gezogen. Okay, jetzt wird der Hufschnauber. Oh, das ist der Hufschnauber. Oh, das ist der Hufschnauber. Oh, weg. Was nicht so kann, Ich hab ihn zu einem Kaffee geschlafen. Ich hoffe die überleben ist. Wir haben keine Energie mehr. Wir müssen erstmal hier weg. Oh Mist. Auf jeden Fall ein schwerer Gegner. Ich kann sehen ob wir jetzt hinbekommen. Ich bin ein schwerer Gegner. Ich bin ein schwerer Gegner. So den zweiten haben wir jetzt getroffen. Ich bin ein schwerer Gegner. Ich bin ein schwerer Gegner für diese Bäumen. Ist aber nicht so einfach. Ich bin ein schwerer Gegner. 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 Aber ich bin ein schwerer Gegner. Nein, 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 nein Das war's für heute. So, dann müssen wir jetzt bald sterben, oder? So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. Ich denke, allzu dumm stelle ich mich jetzt auch nicht an. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. So lange kann es ja nicht mehr gut gehen. Okay, das war's. Das Schicksal des dritten Weltenfressers ist besiegelt. Jetzt ist nur noch einer übrig. Steinalt möchte mit dir sprechen. Er will dich beglückwünschen und dich in die letzten Schritte seines Plans einweihen. Dies ist deine Chance, seine und deine Prioritäten aufeinander abzustimmen. Tu das Richtige für deinen Stamm und für die Welt. Begib dich zurück zur Arche. Er schien dich unbedingt sehen zu wollen. So Leute, wir haben's geschafft. Bin auf jeden Fall stolz. Vertraue nicht zu sehr auf deine Augen. Die Dunkelheit kann ihnen etwas vorspielen. So, wir machen erstmal hier die Nebenmiss. Dann schauen wir mal. Los, fang ihn! So, wir haben jetzt einen Nono gefangen. Also ist auf jeden Fall unterhaltsam, das Spiel. Ist Bock. Und die Landschaft, die ist auch phänomenal, die ich finde. Okay, das hätten wir jetzt. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich natürlich immer wieder über ein Like und ein Abo freuen. Bis demnächst, euer Mo Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Morrisor. nước store